Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Teil 2 der Catrice Sortiments Update. Herbst, Winter 2022 Teil 2. Heute dreht sich alles um die Augen. Catrice hat wieder das Sortiment gewechselt bzw. einen Teil mit neuen Produkten ausgestattet und ich habe in diesem Video alle Neuheiten in depth für euch für diese Saison. Wir haben so spannende Produkte. Wir haben wieder das ein oder andere Tube mit dabei und viele tolle Produkte, die noch ganz spannend für dieses Jahr werden könnten. Ich bin super gespannt, wie die Produkte performen und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch alle drei Teile unter diesem Video. Das dritte wird jetzt auch noch nicht anklickbar sein. Sobald es aber online ist, könnt ihr darauf draufklicken, falls ihr das Video ein bisschen später seht. So habt ihr wirklich alle drei Videos untereinander sortiert. Ich sage es auch nochmal hier dazu, die Videos sind nicht bezahlt von Catrice. Sie haben mir die Produkte zur Verfügung gestellt. Ab dieser Woche durfte ich euch die Produkte auch zeigen. Ich habe aber schon mal so ein bisschen vorsortiert und geschaut, was interessiert mich persönlich am meisten. Und wir werden heute einen schönen Look um die Augen rum schminken. Einfach um zu schauen, wie performen die Produkte. Vielleicht machen wir sogar zwei verschiedene, einfach um zu schauen, was die Produkte können. Und wenn euch ein Produkt interessiert, wo ihr sagt, Maxi Mensch, das hättest du nochmal ein bisschen genauer testen sollen. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich sammle die Kommentare dann und werde nochmal in den nächsten Wochen ein Video machen, wo ich wirklich eure Favoriten nochmal teste. Die Produkte sollten auch in den nächsten Tagen, Wochen online und in der Filiale sein. Ihr kennt das Spiel, wie es mit Drogeriemarken ist. Das dauert immer ein bisschen, bis alle Produkte in allen Filialen verfügbar sind. Meine Base habe ich tatsächlich fast ausschließlich mit Neuheiten von Catrice gemacht. Also falls euch das wieder interessiert, klickt darauf, schaut es euch an und wir starten mit diesem Teil. Und zwar habe ich hier schon das erste spannende Produkt. Und zwar ein Brow Fix Shaping Wax. Vom Stil her so ein bisschen wie das Anastasia bei Valley Hills Brow Freeze. Aber das ist milchig. Also das ist nicht so ganz durchsichtig wie das Anastasia. Ich habe es aber auch gestern schon benutzt, einfach um es zu testen, um euch so ein kleines Update zu geben. Da hatte ich keine Foundation drauf. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ihr erinnert euch an das Brow Fixing Gel. Das hat ja, wenn man es zu viel benutzt hat oder danach nochmal durchgegangen ist, diese weißen Schlieren gemacht. Das macht dieses nicht. Habe ich gestern schon getestet. Wir gehen jetzt einfach mit einem Spoolie durch. Und ich bin vorsichtig, weil ich jetzt schon eine Base drauf habe. Aber ich empfehle euch das immer. Macht das immer vorher. Ihr könnt eure Haare direkt hochdrücken. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen näher rangeholt, dass ihr euch das Ganze auch anschauen könnt. Ihr könnt das Ganze wirklich genauso wie mit dem Brow Freeze fixieren. Wie gesagt, macht das am besten vorher. Und ihr seht auch direkt den Unterschied. Also für diesen Feather Brow Look, mein Gott, habe ich lange Augenbrauenhärchen bekommen. Ich bin jetzt in dem Alter, wo die Augenbrauen so ganz komisch lang werden. Funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich war eher skeptisch, weil ich gedacht habe, es könnte so ein bisschen schwierig sein, wenn man es zu viel benutzt oder es einfach noch nicht so oft benutzt hat. Das ist aber gar kein Problem hier. Also ihr habt keine weißen Schlieren. Ihr werdet es auch sehen. Ich gehe nachher dann nochmal durch. Es ist erst milchig und dann wird es klar. Und ihr habt diesen richtigen Glutbrow Look. Und das hält. Also es hat gestern wirklich gut gehalten. Ich empfehle es, drückt es mit dem Finger ein bisschen warm und lasst es dann auch wirklich einen Moment antrocknen, dass es sich richtig setzen kann. Was ist das denn hier? Das ist halt genau das, was ich mag. Und selbst wenn ihr das nicht für die Augenbrauen benutzt, ist das für... Ich habe jetzt keine Babyhärchen, ne? Aber wenn ihr Babyhaare habt, könnt ihr die damit immer ganz gut fixieren oder auch in so eine Form bringen. Sieht immer super, super cool aus. Und ich gehe hier durch und es passiert nichts. Also das ist wesentlich besser vom Finish her. Oder das Problem ist damit berogen, was ihr vielleicht mit dem anderen, einige von euch hatten. Nice! Ich werde auf jeden Fall ganz viel Content zu den einzelnen Produkten auch nochmal machen. Im direkten Vergleich Anastasia und das Brow Fix. Vorrangig wahrscheinlich bei TikTok. Falls ihr keinen TikTok habt, meistens poste ich die dann auch nochmal bei Instagram in die Story oder so. Für die, die es nicht haben. Ansonsten folgt mir mal bei TikTok, Freunde. Da kriegt ihr immer alles noch ein bisschen Udalsamer. Und jetzt wird es aufregend. Womit fangen wir an? Erstmal mit dem nicht ganz so aufregenden, glaube ich. Und zwar gibt es viele, viele neue Coal Kajals in Waterproof. Wir haben ein Dive Love Olive. Und lasst euch gesagt sein, Freunde, diese Farbe wird dieses Jahr noch sehr elementar. Hier noch einen blauen. Das ist die Farbe Turquoise Scents. Und einen weißen. Das ist ja auch schon wieder im Trend, ne? Weiße Wasserlinie öffnet das Auge optisch total gut. Und in Wasser fest. Klingt spannend. Wir probieren das Ganze mal aus. Was mir hier auffällt, ist dieses Symbol. Dieses kleine Baum-Symbol. Ich blende es euch hier einmal ein. Ich recherchiere mal, was das heißt. P-E-F-C. Dann schreibe ich euch das hin. Ich denke mal, dass es nachwachsender Rohstoffschutz ist. Die meisten, die Stifte bestehen alle aus Holz. Sind auch anspitzbar. Und fühlen sich sehr, sehr hochwertig an. Made in der Tschechischen Republik. In Europa also ohne Mikroplastik und vegan. Schauen wir mal, wie wir die gleich benutzen können. Ich wollte sie euch jetzt einmal gezeigt haben, dass ihr so einen Eindruck dafür bekommt, was es alles gibt. Dann haben wir auch hier noch Eyeshadow-Sticks. Die werden wir auch gleich so ein bisschen benutzen. Das sind die Aloe Vera Eyeshadow-Sticks mit Long-Lasting-Effekt. Aloe Vera-Extrakt. Einfach zu verblenden und Long-Lasting. Auch hier in vier verschiedenen Farben. Wir haben hier einmal die Farbe Touch of Rose. Ich blende euch hier mal Swatches ein von allen Farben in der Reihenfolge. Die Farbe Golden Toffee. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Die Farbe Lavender Brown ist so ein bisschen kühler. Könnte ganz spannend bei einem schwarz-braunen Look sein. Und meine liebste Farbe für den Herbst-Winter ist die Farbe Olive Glam. Auch die, Freunde, wird elementar wichtig dieses Jahr und ist super, super reflektierend. Probieren wir gleich mal aus. Ich glaube, ihr seid aber wirklich eher so Freunde von Lidschatten-Paletten. Und deswegen zeige ich sie euch einmal, denn da haben wir viele. Wir haben die Eyeshadow-Paletten im ähnlichen Design. Und zwar einmal die The Pure Nude Palette mit schönen, neutralen, helleren und kühleren Farben. Ist so ein bisschen in die gräulich-kühlere Richtung. Dann haben wir die The Hot Mocha Palette. Die ist leider kaputt gegangen, ist aber wesentlich dunkler. Und das finde ich persönlich eine schöne Ergänzung zu der The Nude Palette. Wir haben die Electric Rose Palette. Klassisch, ich erinnere mich, es gab schon mal so ähnliche Paletten. Die sind jetzt aber hier neu formuliert. Neues Design. Acht incredibly soft, long-lasting, matt and metallic shades mit intense payoff. Sieht einmal so aus. Und die Farbe The Dusty Matt. Eine Palette nur aus matten Farben. Finde ich sehr, sehr gut als Zwischenschritt für die anderen Paletten. Also wenn du sagst, okay, du hast hier einmal wirklich matte, matte, matte Farben für verschiedene Sachen. Dann kannst du hiermit einfach nochmal ganz andere Akzente setzen. Es gibt aber auch in diesem Update eine neue Pro Slamatic Palette. Und ich glaube, das ist eine der gelungsten meiner Meinung nach. Denn das ist die Desert Romance Palette mit wirklich knalligen Farben. Also knallig, ne? Wir haben hier schöne, satte, warme, rote Farben. Und ich liebe ja diese Texturen hier. Dieses Marmoriert, das sieht einfach immer super, super schön aus. Wir haben schönes Gelb. Wir haben super sattes Rot. Ich finde, es kommt in der Kamera gar nicht so krass rüber, wie es in echt ist. Aber wir haben auch tragbarere Farben, wie dieses Dune und Eden. Ich weiß nicht, ob ich die heute benutzen möchte. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein extra Video oder bei Instagram. Aber so sieht die einmal aus. Die sind qualitativ immer sehr, sehr gut schon gewesen und machen einfach Spaß. Sie nehmen kaum Platz weg. Sie sind schön leicht und perfekt für unterwegs. Und dann, Freunde, da habt ihr damals... Also das weiß ich noch, als die das erste Mal rauskam, habt ihr Catrice die Hütte eingerannt. Und Catrice und mich natürlich auch gefreut. Das waren die Five in the Box. Und es gibt jetzt diese Schätzen hier. Das ist die Elegant Khaki Look Palette mit einem wunderschönen Khaki Ton. Und so einem tollen Ton, den man auch perfekt als Blush nutzen kann. Ich meine, dass es so eine oder so eine ähnliche von Natasha Denona auch schon mal gab. Ich muss jetzt hier aber mal reingehen. Ja, hier ist auch wieder Rosenöl mit drin. Super, super cremig. Ich blende euch auch hier mal ein paar Swatches ein von den Farben, die ich am spannendsten finde. Aber auch zu der Palette wird es einen Side-by-Side-Vergleich geben. Mich reizt gerade ein sehr, sehr kühler Look mit dem Oliv. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal die The Dusty Mud Palette aus. Ich habe leider jetzt noch keine Preise. Ihr kennt die Catrice-Preise. Aber ich denke mal, die wird vielleicht 6,99 Euro kosten. Und wir starten damit. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe hier in diesen Grauton rein. Klopfe ein bisschen ab und setze mir den jetzt erstmal in die Lidfalter. Einfach um so ein bisschen Dimension zu kriegen. Ich habe irgendwie Lust auf was super, super Kühles heute. Ich weiß nicht warum. Okay. Pigment ist da. Offensichtlich ist das Pigment da und zwar sehr, sehr gut. Also bei Grau ist es immer ein bisschen problematisch, dass sie nicht patchy werden. Wenn sie so kühl sind, ist der Blauanteil dann natürlich ein bisschen höher und der Rotanteil weniger. Rot lässt sich einfacher verblenden als blaue Anteile. Die ist auch tatsächlich vegan. Schön. Ich mache es jetzt mal auf beiden Seiten, weil ich natürlich gleich noch ein drittes Video drehen möchte. Und da möchte ich nicht so verrückt aussehen. Sie lassen sich aber sehr, sehr gut aufbauen, ohne dass es flagt unterm Auge. Also ein bisschen Kickback ist in der Palette, finde ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Ich gehe auch gleich nochmal so ein bisschen in den kühleren Grauton mit rein und blende mir das Ganze hier mit rein. Ich finde, dass diese kühlen Paletten endlich mal wieder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ich liebe immer noch meine matten Farben und ich werde auch immer matte Farben lieben. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, mal so einen kühlen Look zu machen. Ich blende das mit der helleren Graufarbe hier mal oben ein bisschen aus. Ich finde, das gibt einfach nochmal so ein bisschen was Edleres und sieht einfach auch an manchen Tagen wesentlich ästhetischer und verführerischer aus. Jetzt gehen wir in den Letizia und Maxim Pinsel Nummer 5 ist das. Hier steht noch die 6 drauf. Es war nämlich ein Sample. Ihr könnt die Pinsel jetzt auch einzeln kaufen und nachkaufen, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt hier in den Ton rein und setze mir den einfach nur in die Lidfalter. Ich kann damit natürlich super präzise arbeiten. Dafür ist der wirklich perfekt. Extrem pigmentiert, die Paletten. Wir könnten jetzt noch mit dem Schwarz reingehen. Das wird mir dann persönlich jetzt aber, glaube ich, ein Stückchen zu dunkel. Ich überlege jetzt, mit welchem Schimmerton wir reingehen. Ich glaube, wir nehmen die Glimmer Sticks oder die Aloe Vera Sticks. Und zwar habe ich jetzt hier die Farbe Touch of Rose. Und damit gehe ich jetzt einfach mal hier rüber. Das ist natürlich super einfach. Du kannst dir entweder so einfach pur aufs Auge geben ohne Lidschatten. Oder, so wie ich, machst dir so ein Halo Eye und kannst das dann noch mit einem Lidschatten oben drüber setten. Das machen wir auch gleich. Funktioniert so, aber extrem gut. Also rauf und du bist fertig. Das ist das Schöne bei diesen Stick Lidschatten. Ich muss jetzt aber einfach nochmal hier in die Five in der Box reingehen. Und fixiere mir das Ganze mit diesem Goldton hier in der Mitte. Der lacht mich schon so an. Der ist so ein bisschen folierter. Und setze das hier rauf. Und wow! Extrem pigmentiert. Selbst am unteren Wimpernkranz halten die Farben sehr, sehr gut ab. Ich habe oft Probleme, dass es bei mir einfach nicht so gut hält. Ich blende das Ganze auch hier unten so ein bisschen aus. Und ich muss sagen, das ist schon ein schöner Look für den Herbst und den Winter. Bauen wir noch ein bisschen von dem Schwarz hier auf. Dann ziehen wir das hier außen so ein bisschen lang. Ja, also top. Wir hätten mit dem Weiß einfach eine Grundierung hingeben können. Und dann einfach so ein bisschen von dem Schimmer oben rauf. Sieht dann noch ein bisschen krasser aus. Pigmentiert ist sie definitiv. Alle, die ich jetzt gerade benutzt habe. Wie gesagt, wenn euch eine Palette ganz besonders interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Dann machen wir dazu gerne auch nochmal ein Video oder ein Reel oder was auch immer ihr euch dafür wünscht. Okay, und jetzt haben wir hier noch diese Kohl-Kajals. Ich liebe ja schwarzen Kajal auf der Wasserlinie. Deswegen nehmen wir jetzt auch einfach mal Schwarz. Okay, das funktioniert einwandfrei selbst auf der Wasserlinie. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil meistens die auf der Wasserlinie so ein bisschen stocken. Sind sehr cremig. Also man kann sie auch so ein bisschen als Lidschatten-Base benutzen. Und dann ziehe ich das mir hier hinten immer gerne nochmal so ein Stückchen raus. Einfach wie so ein Wing und das sieht dann einfach immer so ein bisschen verruchter aus. Sehr, sehr, sehr cremig. She's a vamp today. Freunde, es geht aber noch weiter. Also wir sind noch lange nicht durch. Wir haben noch was für die Augenbrauen, äh für die Wimpern. Und zwar hier den Super Prime Mascara Base mit Custor Oil ist Rizinusöl. Sieht einmal so aus. Packaging ist sehr, sehr clean. Und das ist ganz verrückt. Normalerweise sind diese Lash-Primer sind ja immer weiß. Das ist jetzt aber so ein blau-grau für Schwung und definierte Wimpern. Rizinusöl wird dafür benutzt, dass die Wimpern schneller wachsen. Also es soll wie so ein Lash-Serum sein. Das haben sie jetzt nicht mit drauf geschrieben. Ich habe damit aber immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob man es nicht draufschreiben darf. Ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt aber einfach mal aus und geben uns das jetzt auf die Wimpern. Und das hat mich halt immer so ein bisschen von den typischen Lash-Primern abgehalten. Dass sie so weiß sind. Und da musst du halt so viel Foundation, äh Foundation sag ich schon, Mascara rüberschichten, dass es funktioniert. Und dass man das nicht mehr sieht. Das hast du halt hier nicht. Ich gebe es jetzt einfach ein bisschen rüber. Wir lassen das ganz kurz antrocknen. In der Zwischenzeit zeige ich euch die drei neuen Wimpern-Tuschen, die es gibt. Ihr kennt ja noch die aus dem letzten Jahr. Und jetzt gibt es die Lift-Up Volume Mascara Lash-Lifting Technology in Rot. Dann haben wir die Powerhold Waterproof Mascara. Die sieht einmal so aus, finde ich super schön. Ist auch so ein gummierter Kunststoff. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und zu guter Letzt die Boost-Up mit White Lash Complex. Da bin ich mal gespannt, wie das Bürstchen aussieht. Oh ja, das ist so ein Bürstchen. Das benutzen wir jetzt auch einfach gleich. Die ist jetzt nicht wasserfest, soll aber Volumen geben. Ihr werdet jetzt gar nicht sehen. Sie fühlt sich aber sehr gut an. Sie schmiert nicht. Sie macht keine klumpigen Wimpern. Und verträgt sich tatsächlich auch sehr, sehr gut mit dem Primer, muss ich sagen. Also das ist ja, wie gesagt, bei mir immer so ein bisschen ein Problem gewesen, dass es dann so spinnbeinartig wird. Sehr, sehr schön hält die Wimpern auch gut nach oben. Ich zeige euch nochmal die anderen Bürstchen. Wir haben bei der blauen die Waterproof Mascara ein sehr, sehr großes. Ich glaube, so waren die auch damals bei den anderen. Wir gehen einfach rüber. Wir haben Zeit und Spaß heute. Und beim roten, bei der Lift Up Volume Mascara, haben wir auch wieder so ein großes Bürstchen. Also mir persönlich gefällt das Bürstchen bei der kleinen ein bisschen besser. Der Primer, da bin ich tatsächlich ganz gespannt. Sonst war ich immer wirklich total abgeneigt davon, weil es einfach Quatsch gewesen bei mir. Ich habe dann so viele Schichten Mascara draufgeben müssen, dass man das Ganze sieht. Die Coles gefallen mir aber sehr gut. Ich lasse den schwarzen mal hier und den grünen. Ich glaube, dass man da wirklich viel mitmachen kann. Es gibt auch noch zwei Lashes, auch die klebe ich mir jetzt nicht auf. Ich zeige es euch einfach mal. Ich packe die euch in eine Verlosung. Wir haben hier einmal die 3D Panoramic Volume Blue Included Lashes, die vorne so ein bisschen intensiver sind und links und rechts außen ein bisschen weniger. Und die Foxy Eye Lashes, die außen wesentlich dichter sind als innen. Das liftet das Auge auch nochmal ganz besonders schön. Die hebe ich mir jetzt mal auf für ein anderes Video. Das waren aber die Produkte für die Augen. So ein kleiner erster Eindruck für euch, dass ihr mal seht, wie die Produkte funktionieren, was es Neues gibt. Wenn euch ein Produkt interessiert von den Produkten, die ich euch jetzt gezeigt habe, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich werde mir alles notieren. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.